ja guten morgen freunde na schaut euch mal diesen wahnsinns morgen an keine wolke am himmel und die sonne brutzelt runter das ist ja der hammer heute da kannst du wirklich nur mit sonnenbrille filmen denn sonst hältst du das hier nicht auf dem balkon aus wo direkt die sonne erscheint tja liebe gierfreunde neue urlobswoche neues glück gestern abend ginge die taschenlampe raus und heute morgen geht es weiter mit einem weiteren giveaway und diese woche hauen wir das neue mora eldriss raus in dieser wunderschönen weineroten ausführung da es sich um messer handelt natürlich die auflage ist seit 18 der hier mitmachen und dieses gemessen geschenkt haben will ja was müsst ihr dafür tun nicht sonderlich viel achtung information hier vorneweg keine hashtags mehr verwenden hashtag ist böse youtube hat was umgestellt alle kommentare mit hashtag begriffen landen im spam ordner ich musste beim letzten mal 280 kommentare aus dem spam ordner holen oder 480 oder 380 ich weiß gar nicht mehr keine hashtags verwenden wenn ihr hashtags verwendet landet das zeug im spam ordner und ich schaue jetzt nicht stündlich im spam ordner nach also schreibt mir einfach einen kommentar unter das video wenn ihr 18 seid und dann werden wir am ende der woche sonntag dieses mora eldriss raushauen mit diesem coolen mora eldriss erklärbär spezialkatalogchen den sie extra gedruckt haben für das eldriss ne dann werden wir das hier schön eintüten und euch in einem wattierten umschlag zuschicken ja das war es schon an diesem hammer montag morgen heute heißt es gut eingreben mit sie auf sonnenbrille sonst gibt es einen sonnenbrand ne und dann hat unsere haut morgen die farbe von diesem schönen eldriss ne also leute draußen immer schöner ihr wisst bescheid sonnenhut sonnenbrille sonnencreme nicht ganz ungefährlich bei dem wetter heutzutage und euch wünsche ich viel spaß schöne urlaubssuche beim mitmachen sonntag hauen wir hier das eldriss raus zurück in den der kaffee kühlt hier gar nicht ab also leute